In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man rechnerisch entscheiden kann, ob die Ebenen eines Charts zueinander parallel oder orthogonal sein können. Bevor wir gleich zu den Beispielaufgaben gehen, schauen wir uns zuerst eine kurze Übersicht an über die wichtigsten Lagebeziehungen, die die Ebenen eines Charts zueinander haben können. Es sollte bereits bekannt sein, dass sich die Ebenen eines Charts in eine Schnittgerade schneiden könnten, so wie hier abgebildet. In diesem Fall ist es manchmal wichtig zu entscheiden, ob zwei dieser Ebenen zueinander orthogonal sind bzw. sein könnten. Und das können wir auch hier ein bisschen verdeutlichen, indem wir einfach einen 90 Grad Winkel andeuten. Also das ist eine wichtige Lagebeziehung. Alternativ können die Ebenen eines Charts auch zueinander parallel sein. Ich glaube, das kann sich auch jeder von euch bildlich sehr gut vorstellen. Und hier ist die erste Beispielaufgabe. Gegeben ist die Ebenen-Chart EAH. Untersuche, ob es Ebenen der Charts gibt, die zueinander orthogonal liegen. Um uns das Ganze ein bisschen besser vorstellen zu können, haben mich hier an der Seite zwei Ebenen dargestellt, die zueinander orthogonal sein könnten. Also, die erste Ebene, damit wir sie ein bisschen unterscheiden können, bezeichne ich als EA und die zweite als EB, wobei A und B zwei verschiedene Parameterwerte sind. Wie könnten wir jetzt also überprüfen, ob diese zwei Ebenen zueinander orthogonal sind? Naja, dafür schauen wir uns erstmal die Ebene an. Die Ebene befindet sich in Koordinatenform, was eigentlich einen sehr großen Vorteil mit sich bringt. Das bedeutet, dass die Koeffizienten vor X1, X2 und X3 die Koordinaten des Normalvektors sind. Übrigens, hier vor X3 steht eine 1. Und wir erinnern uns, die Normalvektoren stehen immer orthogonal zu einer Ebene. Das bedeutet, passender Normalvektor zu EA wäre NA und es steht natürlich orthogonal zu der Ebene EA. Und der Normalvektor von EB wäre dann NB, ebenfalls orthogonal zu EB. Und wenn die Ebenen jetzt aufeinander noch orthogonal sein sollten, dann müssen auch diese zwei Vektoren aufeinander orthogonal sein. Also diese zwei Normalvektoren. Schlussfolgernd können wir dann sagen, Zwei verschiedene Normalvektoren der Schar müssen zueinander orthogonal sein. Und die Orthogonalität zwischen zwei Vektoren überprüft man natürlich immer mit Hilfe des Skalarprodukts. Das bedeutet, in diesem Fall hätte ich Vektor NA mal Vektor NB muss 0 sein. Also, wenn der Skalarprodukt zweier Vektoren 0 ist, dann sind sie aufeinander orthogonal. Und das würde für uns hier automatisch bedeuten, dass auch die Ebenen zueinander orthogonal sind. Und jetzt zu der Überprüfung. NA ist also der Normalvektor von EA und das können wir oben ablesen. Seine Koordinaten lauten dann einfach A, 2A und 1. Und NB ist der Normalvektor von der Ebene EB. Das würde wir ersetzen einfach das A mit dem B. Das ist ein anderer Parameterwert. B, 2B und 1. Und das Ganze muss 0 ergeben. Natürlich unter der Voraussetzung, dass A und B verschiedene Parameterwerte sind. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Also, wir multiplizieren jetzt hier aus. A mal B sind natürlich AB. Plus 2A plus 2B sind 4AB. Plus 1 gleich 0. Diese Gleichung sieht beim ersten Blick ein bisschen seltsam aus, weil sie hat ja zwei Unbekannte. Aber es geht ja nicht darum, einen Wert für A und B zu bestimmen, sondern es geht darum, einen Zusammenhang zwischen A und B zu finden, so dass diese Gleichung erfüllt ist. Das bedeutet für uns, wir fassen jetzt soweit wie möglich zusammen und wir formen nach einer dieser Parameter um. Also, 1AB plus 4AB sind natürlich 5AB. Plus 1 gleich 0. Dann die 1 rüber. Dann haben wir 5AB sind gleich minus 1. Und jetzt könnten wir entweder nach A oder nach B umformen. Das ist völlig egal. Ich forme jetzt einfach nach A um, indem ich einfach durch 5B teile an dieser Stelle. Das bedeutet, A ist gleich minus 1 durch 5B. Und somit haben wir gezeigt, es gibt einen Zusammenhang zwischen A und B, der erfüllt sein muss. Und wenn das der Fall ist, sind die Ebenen aufeinander orthogonal. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. B darf nicht 0 sein, weil es unter dem Bruchstich steht. Und dann irgendwas geteilt durch 0 existiert natürlich nicht. Das ist die einzige Voraussetzung. Und wenn jetzt beispielsweise sogar zwei Ebenen gefragt werden, dann könntet ihr für B irgendeine Zahl einsetzen, beispielsweise 1. Und dann hättet ihr automatisch für A minus 1 Fünftel. Das wären dann schon zwei Parameterwerte, bei denen das Ganze zutreffen würde. Schlussfolgernd können wir also sagen, wenn zwischen A und B eine Beziehung existiert, so dass die zwei Normalvektoren aufeinander orthogonal sind, sind automatisch auch die Ebenen aufeinander orthogonal. In unserer letzten Beispielaufgabe dreht sich das Ganze natürlich um die Parallelität. Gegeben ist die Ebenen-Schar EA. Untersuche, ob es Ebenen der Schar gibt, die zueinander parallel liegen. Dafür stellen wir uns das Ganze wieder ein bisschen bildlich vor. Wir haben hier beispielsweise drei Ebenen, die zueinander parallel sind. Und als Hilfestellung benutzen wir natürlich wieder diesen Normalvektor. Ich teute ihn nochmal kurz hier an. Also A, 2A und 1. Wenn Ebenen zueinander parallel sind, dann würden in diesem Fall die Normalvektoren so aussehen. Natürlich stehen alle Normalvektoren orthogonal zu den jeweiligen Ebenen. Und wenn man ihre gegenseitige Lage so ein bisschen näher betrachtet, sollte man erkennen, dass sie vielfacher sein müssen. Und darum kennen sie uns auch. Wir wählen uns zwei beliebige Normalvektoren raus, Na und Mb. Und müssen überprüfen, ob sie vielfacher sein könnten. Also, zwei verschiedene Normalvektoren der Schar müssen vielfacher sein. Die Vielfaltheit zweier Vektoren kann man wie folgt überprüfen. Man nimmt den ersten Vektor, in diesem Fall natürlich Na, mal irgendeinen Faktor. Und das Ganze muss den zweiten Vektor geben, Nb. Übrigens, nun mal am Rande, die Vielfacherheit zweier Vektoren nennt man auch Kolinearität oder lineare Abhängigkeit, für den Fall, dass ihr das mal in Unterricht gehört habt. Okay, also, führen wir die Überprüfung durch. Na, ist wie bereits bekannt, A, 2a und 1, mal irgendeinen Faktor, K, soll dann Nb ergeben, und das ist dann B, 2b und 1. Und natürlich muss auch hier die Tatsache gelten, dass A und B unbedingt zwei verschiedene Parameterwerte sind. Sonst werden die Ebenen nicht echt parallel zueinander, sondern nur identisch, was wiederum für unsere Prüfung keinen Sinn macht. Also, wie was machen wir hier? Wir zerlegen praktisch das Ganze in drei Gleichungen. Also, zeilenweise können wir dann schreiben, A mal K soll B sein, 2a mal K dann 2b und 1 mal K sind gleich 1. Gut. Aus der letzten Zeile können wir sofort schlussfolgern, dass eigentlich K gleich 1 ist. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Und das können wir dann oben nutzen, zum Beispiel, wenn wir es in der ersten Zeile jetzt setzen, schlussfolgend, dann haben wir A mal 1 ist gleich B, was dazu führt zu sagen, dass A gleich B ist. Und da haben wir unser Widerspruch. Wir haben vorausgesetzt, hier an dieser Stelle, dass A und B zwei verschiedene Parameterwerte sind. Und diese Gleichung ist nur dann erfüllt, wenn A gleich B. Also, das ist ja ein Widerspruch. Das bedeutet, die Ebenen dieser Chars können zueinander nie parallel liegen. Zum Schluss noch ein paar gut gemeinte Hinweise. Ebenen bzw. auch Geradenscharen sind eigentlich keine einfache Themen. Man kann damit eine Menge unangenehme Aufgaben aufstellen. Deshalb solltet ihr natürlich die Grundlagen dazu kennen. Und zwar damit meine ich gegenseitige Lage zwischen Ebene und Ebene bzw. Gerade und Ebene. Außerdem geht es bei den Ebenenscharen sehr oft um die Schnittgerade bzw. auch um die gegenseitige Lage von Ebenen ungeraden Scharen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Dann geht es bei den Ebenen. Das ist ein Widerspruch.